Und da sind wir wieder. Satisfactory. Und ich bin schon wieder ein bisschen raus. Gut. So, lass mich mal schauen. Ist nur noch das da. Haben wir da noch genug Gummi? Ja, wie viel Gummi haben wir? Ja, Gummi ist anders, ne? Ich will mal gucken, ob wir da kommen. Gummi wird eng. Das heißt, wir kümmern uns jetzt erstmal darum. Erstmal schauen, wie viel haben wir denn? Was ist das da nochmal? Ah, ja. Nee, eher nicht. Das ist so doof. Warum mache ich das Ding immer? Da brauchen wir noch ein bisschen. Können wir das Ding eigentlich nicht mal ein bisschen beschleunigen? Bei Motoren haben wir definitiv genug. Mal gucken, wie viel länger. Ja, komm, da können wir ruhig sein. Wir gehen Gummi holen. Und sorgen auch, dass das Gummi wieder produziert wird. Und wir sitzen mit meinem... Ah, nicht gut. Ähm... Genau, wir wollten... ...den Miner upgraden. Gebäude... Miner MK2... Ach, Quatsch. Wie war das? Nein. Da. Wir haben von allem genug. Dann würde ich sagen, komm, wir machen die... Erstmal fangen wir an mit was ganz Langweiligem. Wir gehen erstmal dahin. Weil das ist ja das, was wir wirklich als nächstes machen wollen. Wir wollen auf jeden Fall... ...diesen nächsten Wegpunkt freischalten. Was wir machen können, ist das Quarz mal so ein bisschen anbinden. Am besten mit Zügen. Weil wir dann... ...naja... ...doppelt gut sind. Weil wir können einerseits... ...mit dem Zug mitfahren... ...und andererseits... ...und andererseits... ...ähm, ja... ...durch, durch, durch, durch... ...und andererseits... ...habe das eingebunden mit nur einer einzigen Sache. Ich muss nur gucken, was wir überhaupt brauchen, um Bahnhöfe zu machen. Ansonsten werden wir wirklich tatsächlich nichts automatisieren. Sondern ich will wirklich alle Meilensteine freischalten, alles mal gebaut haben... ...und... ...und... ...dann... ...aufhören. Weil dann ist das Update 3 so bald eigentlich mal gegründet. ...und wir können warten... ...bis, ja... ...bis das nächste rauskommt... ...und jetzt etwas anderes spielen. Damit uns, äh... ...mir... ...satisfaktisch nicht überdrissig wird. Wo war das da hinten? So, ich... ...ah, das ist immer halt wie geübt. Der Wahnsinn. Jetzt rede ich auch schon wieder Spielbär. Übrigens, wenn ihr wirklich... ...satisfactory... ...bis zum, ähm... ...Access haben wollt. Sorge, das geht ja eigentlich ganz schnell. Da sag ich euch, Spielbär... ...LP ist, äh, ja... ...das Nonplusumpra... ...da ist nichts mehr. So. Und hier ist nur noch das. So. Dann lass mal schauen... ...das hier... ...mh... ...is unsere Plastik. So, lass mal ganz kurz gucken. Das läuft ruhig. Das läuft aber noch. Was haben wir hier? Boah, furchtbar viel Plastik. Das reicht eine Zeit lang für... ...was machen wir denn damit? Das kommt ja alles nur rein. Da kommt's rein. Da geht's raus. Ich versteh's gerade nicht. Was macht das Ding? Das macht Plastik. Okay. Mhm. Und was ist das? Wo wir da sind? Ich weiß es doch nicht mehr. Ach, das geht hinten... ...zu den Computer, ne? Ich muss echt... ...no mal nachdenken. Wir haben so dermaßen viel Plastik. Es fehlt eigentlich immer nur dieses eine Ding. Aber wir fangen mal damit an. Wie viel Computer haben wir hier? Das ist nicht viel, weil... So, und genau da müssen wir jetzt hin. Kommen wir da hoch? Da kommen wir nicht hoch. Oder? Nee. Boah, ich weiß es ja gar nicht mehr. Wo ist denn mein Kupfer? Das dürfte sogar irgendwo auf dieser Ebene sein. Okay, das da hinten sieht gut aus. Oh, oh. Das da dürfte irgendwie... Ist das Kupfer? Wo sind wir hier? Ja. Ja. Okay. Das Sorte ist ein bisschen mehr. 60 pro Minute und der kann 45 pro Minute, das können wir genauso lassen, der hier macht die, da noch ein bisschen was reingetun, die brauchen wieviel, 40 pro Minute, so, ist das super, was war damit, ach der kriegt gar nichts, warum, weil wir kein Kabel mehr brauchen oder was, ja Kabel ist jung, vielleicht deshalb, ach stimmt, wir haben das ja abgegriffen, ich warte, nee, das reicht jetzt einfach mal eine Zeit lang, das ist keine wunderschöne Lösung, aber das sollte das Ganze jetzt doch wir haben hier schon Förder und Mk2, gut, das reicht auch, so, dann können wir uns jetzt eigentlich dem Dings zu wenden ja, da fehlt immer noch die Platinen, aber das ist bald erledigt, bin ich mir ganz sicher hier, ne, der braucht immer, ja, der braucht 10 Platinen, um einen zu machen, aber der Rest ist da, gut, muss ich mal ganz kurz gucken, wo das Plastik hin ist, was wir für den Treibstoff hatten, liegt ja momentan brach, na, so, das Ding, ja, okay, das sieht jetzt gut aus, sehr schön, so, jetzt nochmal schnell gucken, ich, ähm, ähm, das ist für die Computer, das ist für, da kommt es her, ich brauche Gummi, das wird da zeigt, gut, hier wird, hier wird, oh ja, so, ja, bleibt jetzt stehen, okay, Produktion, Rezept auswählen, Gummi, so, wir löschen, dann, machen wir das irgendwie, Eben hast du auch ganz kurz gehört, zu teuer, ach, nö, mal schnell gucken, was ist da drin, nichts, nichts, das ist, da oben ist es auch nichts mehr drin, oder ist das nur einer, können wir einen großen bauen, wir müssen zwei, kleine bauen, ne, komm, da hin, gleich einen hinten dran, so, so, und jetzt schauen wir doch mal, wie schnell das funktioniert, bis wir das merken, dann schauen wir mal, was die beiden, ja, genau, okay, okay, da passiert nichts mehr, da darf auch nichts mehr passieren, voll, voll, da würden wir doch mal, na, weil, das ist, das war noch schnell, ja, okay, so, also, hier könnten wir wieder, jederzeit wieder Streibstoff machen, das da, ach, das sind zwei, ach, das reicht ja für immer, so, und jetzt gucken wir doch mal ganz kurz, was der macht, ob der, das ist, ja, so, jetzt bin ich ja mal gespannt, dann müsst ihr doch durch, das wird doch immer mehr, wieder weniger war das ein Fehler? ne egal auf jeden Fall produziert er jetzt kontinuierlich Gummi und wenn wir das nächste Mal kommen da ist ja noch mehr Gummi das bisschen nehmen wir noch mit, ganz klar und dann sind wir hier hinten glaube ich nochmal fertig ich meine wir könnten jetzt noch mehr Gummi produzieren aber da geht es jetzt langsam runter und hier hier geht es ja weiter rein Moment da geht es rein da geht es rein und hier geht es raus da geht es rein da geht es rein nochmal schnell schauen wo geht das hin das ist das Band hier nochmal so, nur damit wir nochmal sicher gehen das ist das da da geht es rein da geht es rein